oh moment was haben wir hier please smoke in this area ah ja schön da oben haben wir nen eingang ja 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 was haben wir denn hier so moment geil jetzt können wir hier auch noch suchen ist ja der hammer weiß bloß nicht wie das ja was ah ja okay ich würde zwar den schatz gerne mitnehmen aber egal wir suchen weiter ich bin der wertvollste indie gamer ich bin so stolz auf mich oh mein gott ich glaube das ist mein erstes indie game na wobei minecraft könnte man ja vielleicht auch dazu zählen panasonic game konsole freundlich ich habe ein pc auch keine konsolen ich bin bedient was war das na gut gehen wir noch ein bisschen weiter ab was haben wir denn hier noch eine krabbe könnte ich schade drei von sechs wir finden was publik domain made in carbonite ok wir haben ne tafel gefunden wieder ein bisschen weiter runter weil eine mehr richtung wasser finden wir hier was ja ganz klar bei ihr schlägt an ja so könnte es den ganzen tag gehen ich meine es gibt leute die basieren ihr ganzes leben auf solchen suchen also du bist so cool wir gehen mal ein bisschen smartisch durch wobei ich so ein bisschen verwundert bin es also die höre ich nicht so du nur schluss nur zum kotzen mit dir musik dass sie aber echt nix gibt hexume 3000 kommt finde was das finden hier ja einen schönen kleinen eiswürfel mit einem mammut so viel zum thema klein läuft bei dem so gibt es hier sonst noch was irgendwo noch eine größere fläche wo wir nichts gefunden haben vor allem ich gehe eigentlich recht strukturiert durch jetzt hat dann wir unser letztes ding ja eine collector's edition serum und auch gleich eine herausforderung geschafft exhumed to consume genau das ist ein super sprichwort ich würde aber trotzdem gern wissen wo ich mein schwein verpiss dich papagei würde es trotzdem gern wissen wo ich mein schweinchen braten kann ich meine es kann doch nicht sein dass es es gibt hier so viele flammen blum und ich kann nirgendwo das braten oder was ja wir sind repariert worden das ist schön ich will schweinchen braten weil dann kommen wir in der hauptstory glaube ich weiter die sind inzwischen wieder wach ich frage mich echt gerade wo wir das ding braten können weil ich habe echt keinen dunst schweinchen wie ich hier bitte hochkommen soll hier das sind liaren man müsste ich vielleicht noch mal runter mit dem schwein in der hand ich weiß nicht weil irgendwie ist es bislang immer so jetzt steht er woanders ach moment anhalt ist ein fernseher das ist eine tür ne ich glaube hier finde ich wirklich nichts also das erste mal dass ich beim rätsel so ein bisschen verzweifel weil ich habe nämlich echt die einzige vermutung die ich noch hätte wäre dass wir vielleicht in unserem zimmer mal nachgucken könnten vier das ist schön dass du das mit deinen gedanken machen kannst so mal schauen vielleicht kriegen wir hier was das ist schön ich habe das schon gelesen ja ich habe das schon gelesen danke leck mich aber hier ist auch nichts zum praten wo zum teufel ich will jetzt aber mal ganz kurz noch mal wissen da was es mit dem kerl da drüben auf sich hat spring spring beweg dich schnell was glaubst du mache ich gerade blöde kuh ich tue auf dem geländer rum reiten so hinter dem hier nee beim nächsten hier ist dahinter so ein soldat oder auch nicht schade ist doch nur durch die kamera sichtbar na gut aber ich immer noch ich habe keine ahnung wie ich dieses scheiß schwein brate ich meine nach dem qr code sollte man es besser nicht braten aber die frage ist wie ich sonst weiterkomme ich meine ich muss das ja irgendwie braten oder so hm tja jetzt bin ich gerade so ein bisschen auf dem schlauch ich habe keine ahnung hier drin waren wir ja schon hier gibt es ja nicht wirklich eine möglichkeit zum braten da tu mein schwein braten bla 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 kannst mich mal schm kuchen was auch immer du bist naja die zimmer sehen an sich auch alle gleich aus bla 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 ich will jetzt einfach in den vierten kurz hoch aber hier drin geht ja auch nix ne ne hier geht nix toilette ne das sind auch nur muscheln aha er hat mich belau er hat mich beguckt mhm ich blicke hier auch nicht so ganz was diese linien da gerade sollten guten tag ah ja da haben wir wieder unser wagen wir können jetzt nochmal eigentlich alle zimmer durchgehen was ich aber bezweifle dass das irgendwie so gut ist mhm 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 tig herein mhm acquaint mhm 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 jener mhm 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 moment bitte was ich möchte rein danke weil hier nichts drin ist kann man wieder gucken ihr davor guckt und auf komischer weise da nicht da ist hier ist ein mülleimer ich weiß immer kommt bitte also das wird doch jetzt langsam zur verzweiflung da haben wir unseren james bond und tschüss da fällt er wieder unser held oh geil wir sind auf der palme gelandet also ich blick mir echt nicht durch ja leute an dieser stelle nutze ich dann doch mal was gibst du mir für dieses allzweckticket kannst mein schweinchen braten das kommt sogar hier durch wie das ich mache einen kleinen cut und dann sehen wir uns gleich wieder